Nein, hör auf! Ach, Mann! Wir sind da. Hm? Oh! Hallo! Ihr seid es! Na, meine Freunde? Wie geht es euch? Boah, wie lange habe ich in euch nicht mehr gesehen? Ui, da freue ich mich aber. Äh, ja, was macht ihr hier? Sorry, ich bin immer noch ganz müde. Ich bin ja hier in meinem kuscheligen Bettchen. Und jetzt ist es auch schon spät. Ah! Aber egal, wenn ihr schon mal hier seid, können wir ja noch ein bisschen reden. Ja, oder? Sehe ich auch so. Äh, was kann ich euch denn mal erzählen? Also, letztens, genau davon kann ich euch erzählen. Letztens, da war ich mal wieder mit King Julian und den Pinguinen etc. auf Madagaskar. Und wir haben... Oh, das Licht ist so hell. Und wir haben unsere alten Freunde wieder besucht. Ja, das war echt cool. Ich habe mich gefreut, die mal wieder gesehen zu haben. Leider war es nicht so lange. Wir mussten nach fünf Tagen wieder zurück. Aber egal. Ich bin bald nämlich schon wieder im Urlaub. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und... Hey, genau! Wenn ihr Lust habt, kann ich euch da auch ein paar Fotos von schicken. Wenn ich... Wenn ich eine gute Kamera finde, dann mache ich vielleicht auch so ein paar Videos. Wenn ich dann so am Strand bin. Oder Ähnliches, ne? Weil ich... Ich fahre dann nämlich... Ich fahre nämlich in die Niederlande. Auf eine Insel. Tut mir leid. Ich bin immer noch nicht ganz bei Sinn. Und... Ich glaube... Ich schlafe auch lieber mal weiter. Wenn ihr da Lust drauf habt, Freundis, dass ich euch da was von schicke, wenn ich im Urlaub bin, dann sagt mir mal Bescheid, okay? Dann mache ich das sogar, gell? Gerne, gerne, gerne. Also... Ich muss schlafen. Ich habe morgen früh einen Termin. Gut. Ich habe mich gefreut, euch wieder gesehen zu haben. Meine Freunde. Jetzt habe ich ganz oft Freunde gesagt und gefreut. Aber egal. Also... Wir sehen uns. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Guten tag. Wir sehen uns nach. Bis zum nächsten Mal. ем